Hallo und herzlich willkommen zu Aktien-News. Ja, heute wieder die Glocke und zwar aus dem Grund, weil AMC heute im positiven Bereich ist. Ich habe euch ja gesagt, wenn AMC im grünen Bereich ist, gibt es hier die Glocke und heute ist es wieder mal soweit 4,22 Dollar, ein Plus von 3,686 Prozent. Immerhin muss man sagen, immerhin etwas im Plus, von daher verdient die Glocke. Ich hoffe, das hält noch. Wir haben noch 8 Minuten Handelszeit, dass AMC hier nicht irgendwie zu früh die Glocke bekommen hat und am Ende vielleicht doch noch im Minus schließt. Das weiß man bei dieser Aktie ja nie. Aber wie gesagt, momentan im Plus und Short-Volumen ja etwas unter 40 Prozent. Außerbörsliche Aktivitäten schauen wir uns auch gerade mal an, 59 Prozent. New York Stock Exchange auf 12 Prozent und der Rest Dark Pool. Sieht ähnlich aus wie immer, von daher hier nichts Neues. Chart-Technik, ja, kann man hier auch noch nicht viel dazu sagen. Ist eine Bodenbildung ausgebildet? Ich würde sagen, nein, noch nicht. Das muss jetzt erstmal nachhaltig hier mal über die 5 Dollar gehen, dass wir sagen können, okay, hier ist eine Bodenbildung abgeschlossen. Da sind wir noch weit weg von einer Bodenbildung und von daher, wie gesagt, alles beim Alten. Hier kann es noch weiter runter gehen. Hier können noch neue All-Time-Lows ausgebildet werden. Sieht hier so ein bisschen aus, als wenn es drehen würde, aber das weiß man hier nicht. Von daher muss man hier erstmal abwarten. Ich schaue gerade noch mal den Kerzenchart mir an. Ja, wie gesagt, hier sieht es aus, als wenn es hier eine Hammer-Formation geben würde, die hier einen Trend vorgibt. Aber wie gesagt, das haben wir hier schon oft gehabt und da ist nichts passiert. Von daher werde ich mir hier auch nicht irgendwo, ja, werde ich mich nicht wagen, hier eine Aussage zu treffen. Chart-Technik könnte es sein, muss aber nicht sein. Aber heute erstmal ein grüner Tag und deshalb hatten wir heute auch die Glocke. Viele haben sie ja schon vermisst und daher, wie gesagt, wenn AMC im grünen Bereich ist, gibt es immer wieder die Glocke von mir. Evergrande hatte ich gestern ja berichtet, dass heute eventuell liquidiert wird, beziehungsweise die Entscheidung fällt, ob liquidiert wird. Und tatsächlich, es ist entschieden, das Unternehmen wird liquidiert. Hat Schulden von über 300 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich der absolute Hammer. Das ist ein Schuldensockel wie Griechenland vor 10 Jahren. Das ist natürlich richtig, richtig viel. Und ihr wisst ja, dass hier sehr viele Hedgefonds auch drin investiert sind in Evergrande und auch da ihr Geld drin investiert hatten. Und da könnte es natürlich sein, dass bei dem einen oder anderen Hedgefonds, der Aktien geshortet hatte, auch vielleicht ein Margin Call folgt, weil die ihre Margins nicht mehr bezahlen können, ihre Sicherheiten, weil hier natürlich ein Riesenverlust zu Buche steht. Dadurch, dass Evergrande pleite gegangen ist, Evergrande jetzt liquidiert wird. Das kann sein, dass hier der erste Domino-Stein fällt. Das kann sein, dass es noch etwas dauert, bis sich das auswirkt. Da muss man jetzt einfach abwarten. Vielleicht ist das hier tatsächlich ein Startschuss für Margin Calls, die dann in Folge jetzt kommen werden. Das wäre natürlich ein gutes Signal. Und wenn dann auch hier ein Margin Call bei Hedgefonds erfolgen würde, die AMC oder GameStop geshortet haben, dann könnte das natürlich auch einen Schuss nach oben geben dann für die jeweiligen Aktien. Aber da muss man einfach abwarten. Das kann man jetzt im Vorfeld noch nicht sagen. Auf jeden Fall, das ist jetzt erstmal eine, ja, ich würde sagen, eine Good News erstmal zumindest, ja, dass eventuell hier was folgen könnte. Da muss man aber abwarten und Tee trinken erstmal. Mehr kann man hier nicht machen, aber zumindest ist jetzt hier ein Ende in Sicht. Evergrande hat man ja schon vor anderthalb Jahren, habe ich ja darüber schon berichtet, dass liquidiert wird und dass eventuell Margin Calls folgen könnten. Das ist jetzt passiert und da muss man einfach schauen, wie es da weitergeht. Ja, bei X gibt es auch was Neues von Adam Aaron. Der hat hier auch was getweetet, ja, hat sich wieder, ja, ähm, ja, hat wieder geschrieben, dass, äh, ja, der Aktienkurs von der AMC sehr frustrierend ist und die Streiks der Schauspieler und Autoren im Jahr 2023 haben die Kinokassen für Anfang 2024 ruiniert. Ja, irgendwie verstehe ich seine Tweets nicht so, weil eigentlich sind sie überflüssig, muss man eigentlich nicht nochmal erwähnen, muss man nicht nochmal negativ irgendwo hinterleuchten. Ähm, weiß nicht, was den Sinn macht. Mir erschließt es sich nicht, muss ich sagen, was es für einen Sinn macht. Vielleicht will er die Investoren drauf vorbereiten auf schlecht bezahlen. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall halte ich solche Tweets für überflüssig. Die werden sich immer nur negativ eigentlich auf den Kurs auswirken können. Heute positiv, aber ob das jetzt eine Tweet liegt, wage ich zu bezweifeln. Ich finde es eigentlich überflüssig, muss ich sagen, solche Tweets oder auch diesen anderen, den er hier schon mal gemacht hat, dass, ähm, ja, dass die Kinokassen lächerlich blutleer sind und, ähm, auf der Kurs auf magere 4,48 Dollar abgerutscht ist und, und, und. Ich denke, das sind Dinge, ähm, das wissen die Investoren, das müssen sie nicht nochmal vor Augen geführt bekommen. Und natürlich auch, so kann natürlich auch kein FOMO reinkommen oder irgendwie Interessenten reinkommen, wenn da natürlich der CEO schon negativ über sein Unternehmen berichtet. Logisch, wer will da reininvestieren? Keiner. Ja, oder die wenigsten natürlich. Was das jetzt für eine Taktik ist, was er damit bezweckt oder, ähm, ja, was er damit bewirken will, ja, kann sich jeder selber, ähm, sein Urteil bilden. Ich werde mir da kein Urteil darüber bilden, weil ich ja dann immer gleich als Hater irgendwo dargestellt werde. Von daher sage ich hier dazu nichts. Ich sage nur, dass ich es nicht unbedingt nachvollziehen kann. Gut, dann, äh, schauen wir nochmal, ja, hier auch, ist auch in den Medien noch drin, der Aktienkurs von MC ist so frustrierend und streikt, haben die Kinokassen Anfang 2024 ruiniert, sagt der CEO. Wie gesagt, das ist jetzt hier dann auch in der Presse, ähm, auch aufgetaucht, diese Meldung und, äh, ja, wie gesagt, das soll, was soll es bringen, äh, außer irgendwie negative Publicity kann es nicht bringen eigentlich. Wir schauen uns gerade nochmal die Ortex-Zahlen an, ähm, wir haben einen Short-Interest von 10,62%, das sind 26,6 Millionen Shares, die Short sind. Wie gesagt, ganz ordentlich, wenn hier mal der Kurs nach oben gehen würde, richtig, und sich die Short-Seller eindecken müssten, ja, könnte hier schon ein Schub nach oben kommen. Das werden wir sehen, da müssen wir abwarten, es hat sich nicht viel verändert, wie gesagt, außer jetzt Evergrande, die Situation und, ja, ja, und der Kurs ist noch ein bisschen weiter hochgegangen, wir haben jetzt schon plus von 4,7%, das ist doch schon mal ganz ordentlich und, ähm, dafür lässt sich doch ganz gut, ähm, am ersten Mal und, äh, da müssen wir einfach weiter schauen, wo der Kurs denn morgen hingeht, ob es morgen wieder einen Dämpfer gibt, wir werden sehen, da hören wir uns auf jeden Fall morgen nochmal dazu. Und ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus zur AMC Entertainment Aktie. Würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke, in der ihr läutet, damit ihr nichts verpasst von AMC, von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss!